Hallöchen Leute, da sind wir wieder bei Minecraft! Und auf geht's! Hier haben wir eine Kiste. Hab ich da schon was reingepackt? Ja, hab ich. Okay. Ich hab hier noch was im Ofen. Hühnchen! Wir brauchen Hühnchen. So, was brauchen wir noch? Was hatte ich jetzt eigentlich vor? Ich weiß es nicht. Okay, wir haben alles aus Eisen. Sehr schön. Okay. Wir könnten ja mal rausgucken, wie's da aussieht. Gehen wir einfach mal gucken. Und hüpf, und hüpf, und hüpf, und hüpf. Irgendwo Zombiet was rum. Ist auch dunkel los. Nee, dann gehen wir nicht los. Dann gehen wir wieder in unseren Kampfkeller. Was ist hier alles drin? Ach, hier ist ja auch unnützer Kram, den kein Mensch momentan braucht, ne? Wie viele Hacken haben wir mit? Zwei sollte erstmal reichen. Gut. Immer rennen hier, so. Mach mir auf, die schöne Pforte. Ja. Na, bisschen Kohle mitnehmen. Das mach ich mal schön zu da. Irgendwas schießt hier, schießt es auf mich? Ich weiß es nicht. Komische Geräuschkulisse hier wieder. Ja, wo waren wir jetzt gucken? Da oben waren wir noch nicht unterwegs. Wird's vielleicht mal Zeit. Ah, ich hab nur fünf Fackeln mit. Aber egal. Müssen wir mitleben. Hier ist Silber ohne Ende. Das holen wir uns nochmal. Ach, Silber. Eisen heißt der Scheiß. Immer noch. Meins. 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 Alles meins. Meine Kraft. Alles meins. Und dick Kohle gibt's hier. Ach, mein Typ braucht was zu essen. Jam, 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 jam. Schweinebraten. Heute gibt's hier alles zum Mitnehmen. Kohle. Kohle, Eisen, alles. Ah, wieder ein paar Fackeln machen, sonst wird's gleich dunkel. Und dunkel ist nicht schön. Die schöne Musik. Es ist aber auch echt ne riesige Höhle. Muss man ja mal sagen. Okay, hier ist wohl Ende. Hier gibt's noch Kohle, haben wir aber momentan erstmal genug, glaube ich. nicht. Ach, da unten, der geht mir, der macht diese lustigen Geräusche. Da unten ist der Enderman. Wo wir uns den Enderman holen, weiß ich noch nicht. Ich mag den nicht. Der sieht so komisch aus. Erstmal was bauen, um hier runterzukommen. Ich hoffe, die Musik ist gerade nicht zu laut. wo war er jetzt? War er hier? Nee. Er war ganz unten, ne? Ich hör dich. Komm her. Mietz, 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 mietz. Ey, da bist du ja, du Sau. Scheiße, wo ist er hin? Wo ist er? Ist er tot? Oder lebt er noch? Wo ist er hin? Boah! Du Sau! Alter! Jaaaah! Ich hab dich getötet, du Mistvieh! Nicht mit mir! Drecks Enderman hier. Wo kommen wir denn da hin? Creepy Creep Creep Creep! Creep 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 Creep! Boah! Hier ist alles voller Creeper. Ist ja ekelhaft. Okay, haben wir gesehen. Hier gibt es Creeper, Enderman and his big friends und so weiter. Und irgendwo läuft hier Rob Zombie durch die Gegend. Okay, da oben scheint es nichts weiter interessantes zu geben. Stirb! Oh, ein kleiner Leck, aber egal, weiter geht's. Was gibt's hier oben? Was gibt's hier Schönes? Nix? Sonstiges? Oh ja, ganz viel Sonstiges. Gucken wir doch mal, wo uns das da unten hinführt. Jaaaah! Jaaaah! Zum Eisen! So haben wir's gerne. Und da geht's auch weiter in ein neues Gemäuer. Und komische Geräusche. Immerher mit dem Eisen. Ich kann's gebrauchen. Bisschen Weg hochbauen. So. Ich frag mich, wo wir hier am Ende irgendwann mal rauskommen. Oder auch nicht rauskommen. Okay. Hier spawnt bestimmt irgendwas. Irgendwelche Zombies oder so. Wir buddeln uns mal einfach weiter ganz fröhlich hier rein. Gucken wir mal, was uns überrascht. Anscheinend nichts. Okay. Dann gehen wir doch mal wieder zurück. Vielleicht treffen wir ja wieder auf lustige Gestalten. Ah! Dann... oh! Ein Schreckmoment. Aber ich glaub, der ist abgesoffen. Das hört sich so an nach Planschen gerade. Lassen wir ihn weiter schwimmen. Wo muss ich eigentlich wieder zurück? Nee, nicht da. Nicht da. Ähm? Hab ich mich verlaufen? Ich geh mal hier lang. Ah, hier sieht's richtig aus. Nee, nicht ganz. Aua. Ah, wir haben's gleich. Ich glaub, ich muss da lang. Ja, und ich hör Spinnen. Wo ist Spider-Man? Komm her. Ich töte dich. Ah ja, und hier fließt ja immer noch ganz freudig Wasser. Und irgendwas... Boah. Du hast auch sonst nichts zu tun, ne? Hey, da oben ist ein Zombie. Komm doch, komm doch. Komm doch, komm doch. Krieg's mir nicht, krieg's mir nicht. Aber ich krieg dich. Muss sein. Abgeschmiert. Abgeschmiert. Kippt ja nicht. Aber irgendwie ist das Wasser hier schon ein bisschen nervig, ne? Muss man ja mal was gegen tun. Super jetzt. Nein! Raus! Hier. Ich wollte das eigentlich, äh, anders machen. Ach, da ist der nächste Klaus-Peter. Boah, der hat mich getroffen. Meine Sau. Komm her. Du stirbst jetzt. Ich glaub, ich hab hier grade alles geflutet. Nein! Alter! Ist richtig anstrengend mit dem Wasser hier. Ich will mal gucken, dass ich das Wasser hier zum Stoppen kriege. Das ist ja schon ein bisschen unschön. Irgendwie hatte ich auch irgendwo mal einen Eingang. Hab ich den jetzt zugebaut? Höchstwahrscheinlich. Ah ja, da hört dann das Wasser auf. Super. Ne, hier geht's nicht rein. Oh mein Gott. Gucken wir mal weiter. Auf jeden Fall ist da jetzt viel zu viel Wasser. Das haben wir nicht geschickt gelöst. Das muss wieder weg. Das ist kacke. Alter, wo kommt... Da steht der neben mir. Oh Gott, ich sterb gleich. Ich sterb gleich. Stirb. Stirb. Stirb, du bist Vieh. Stirb. Stirb einfach. Los. Ah, Glück gehabt. So, wo müssen wir wieder rein? Ah, hier ist unser Eingang. Ach, den hab ich jetzt geflutet komplett. Na super. Können wir doch zumachen. So. Ja, super. Ah, schon wieder so ein Dreckskelett, ey. Wo kommen die denn her? Hat die einer zur Party eingeladen? Na egal. Gehen wir erstmal zurück. Holen wir uns aus. Von der schweren Tour hier. Schmeißen wir erstmal wieder was in den Ofen. Und ein bisschen was in unsere Truhe. Das haben wir ja alles dabei. Wir schmeißen das mal da rein. Brauchen wir auch gerade nicht. Die Steine auch nicht. Verrottetes Fleisch braucht auch keiner. Erde. Noch ein Pfeil. Okay, gut. Wie sieht's denn oben aus? Einfach mal gucken. Und hüpf, und hüpf, und hüpf, und hüpf, und hüpf. Los. Lauf. Du Mistvieh, du. Ach, das ist ja unser toller Raum, wo immer noch nix drinsteht. Wir könnten ja mal was hinbauen. Hab ich hier eine? Ja, hab ich sogar. Ähm, wir machen jetzt was Tolles. Nee, ne Druckplatte wollte ich jetzt eigentlich nicht. Davon nehmen wir ein paar, dann kommt der ganze Scheiß wieder rein. So. Ich könnte ja sowas wie eine sitzen. Wie sieht das aus, wenn ich das... Achso, okay. Ei, nicht dahin. Wo ist die Axt. Zack und zack. Das ist schon mal ein Tisch. Jetzt bauen wir hier noch irgendwas zum Sitzen hin, oder sowas in der Art. Irgendwie sieht das alles gerade komisch aus, was ich baue. Hm. Auch nicht schön. Vielleicht so. So. So und... So. Oh, ist ein bisschen zu hoch. So vielleicht. So... Wenn ich hier sitze, ist es aber auch ein bisschen weit weg, ne? Und so sieht es wieder kack aus. Machen wir noch sowas da. Zack und... Zack und zack. So. So hat das schon mal bisschen was Schönes zum Sitzen. Muss man ja auch mal zwischendurch. Nach dem ganzen Rumgekämpfe hier. Na. Fackel auf dem Tisch. Sehr schön. Wie sieht's draußen aus? Draußen scheint die Sonne. Was geht denn hier draußen ab? Hühnchen! Hühnchen! Meins. Und wir haben Sonnenaufgang. Also könnten ja noch einige Viechers hier rumstreuen. Mal gucken, was wir denn sonst noch so finden. Ich könnte ja auch mal was Neues hinbauen. Das wäre doch was. So eine kleine Wüstenhütte. Irgendwo an einer geeigneten Stelle. Ne, hier nicht. Mh... Mh... Ach, die Sonne geht nicht auf, sie geht unter. Ach du Scheiße. Verwirrung total. Ich muss weg hier. Jetzt kommen wieder die ganzen Viechers. Hupf... Auf... 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 Untertitelung des ZDF, 2020